Eine Show nach einer wahren Begebenheit. Nach einem Drehbuch des Taxifahrers, der schon einmal Till Schweiger vom Bahnhof zum Hotel gefahren hat. Till Schweiger. Von dem Produzenten, der wegen unbotmäßigen Benehmens zweimal aus den Nachmittagsvorstellungen von Mamma Mia und Ketz rausgeflogen ist. Mamma Mia und Ketz. Unter der Regie von König Zufall. Lukas Auswärtsspiel. Und nun aus der Crack-Küche direkt auf die Showbühne begrüßen Sie mit rhythmischen Schlägen auf Ihre Unterarmbehenen den musikalischen Linkssitzer des heutigen Abends. Frontmann der Babychambles auf Bewährung draußen und voll drauf, nicht nur jetzt auf der Bühne, Pete Doherty. Sparen Sie sich den mitleidigen Applaus auf, denn hier kommt Ihr Gastgeber. Ein eitler Pfau. Der Mario Bart für alle ohne Abitur. Unehrenhaft aus der D-Jugend der Sportgemeinschaft Aum und Fegesack entlassen. Er ist als Kind in einem großen Kessel mit Jürgen Klinsmann Panini-Bildchen gefangen. Er ist ein Showman und hat sich für seinen Auftritt etwas ganz Besonderes ausgedacht. Hier ist Jan Böhmermann. Über Tage bringe ich Lukas, ne? Heißt DSDS in Österreich eigentlich Ö-S-Ö-S? Oh, was war's da? Ö-S-Ö-S. Österreich sucht... Ist da, ne? Ah ja, Schweini, also. Was die Schweini heute beim Internet ausdrucken, sucht sie mir vorweg so. So, ey, Lukas, in was ist was steht, Störeier sind Kaviar, ne? Und so, Schweini, ne, klar, ne, und Hasenködel sind Ferrero Rocher, oder was, du? Schweini dann aber so, ach, Lukas, egal. Ich hab momentan eh ganz andere Sorgen. Ich will Stromanbieter wechseln, ne? Und so, ey, Schweini, mal im Ernst, wieso bezahlt sie überhaupt Strom? Man muss nicht für was bezahlen, was man nicht sehen kann. Das ist Gesetz in Deutschland, ne? Schweini dann so, ach so, Lukas, heißt das, dass Leute, die nicht gucken können, umsonst ins Kino dürfen, oder was, ne? Und dann haben Schweini, also, was ist Schweini, Frank, also, Ribéry und ich, uns Bauschaum in die Augen gesprüht, zum Ausprobieren, ob das funktioniert, ne? Oh, Bauschaum da, der schnell fest werdende Klebesandmännchen da im Auge, alles voll, ne? Leider haben wir dann mit Augen zu das Kino nicht gefunden und die Feuerwehr hat acht Stunden gebraucht, um uns aus dem Turnschuhspinn von Michael Rensing rauszuschweißen, ne? Ich war in die Abends im Bett in der Notaufnahme neben mir so zum Überblick so, ach, Lukas, das war schon ein schöner Tag, ne? Aber mich lässt den ganzen Tag eine Frage nicht los. Ich bin dann so, wo die Babys herkommen, oder was, das ist ganz normal, geht mir schon seit ein paar Jahren so, ne? Babys, die Kleinen, Babys sind fast wie echte Menschen, ne? Nur kleiner und dümmer, die Kleinen. Ah ja, gute Nachricht zum Schluss. Der peinliche Pickel auf meiner rechten Wange, der seit einer Woche einfach nicht weggehen wollte, war bloß ein angelutschter Werthast-echter-Sahne-Bombock, ne? Ach, die Scheude, kann man leider nicht mehr zu Ende lutschen, schmeckt nach Klerasil, ne? Also, ciao aber erstmal, dein Lukas. Der heutige Abend gliedert sich in zwei Halbzeiten, die erste und die zweite Halbzeit. In der ersten Halbzeit geht es ein bisschen um die Europameisterschaft und genauer in der nächsten Tagebucheintragung über die unmenschliche Entscheidung, wer bei der Europameisterschaft nicht mitmachen darf. Und diese Tagebucheintragung beginnt wie folgt. Über Tagesbuch, hier spricht Lukas, ne? Kleine Engländer und kleine Rehe heißen Kids, ne? Naja. Naja. Schweini also. Was die Schweini heute Morgen ein bisschen zu mir zärtlich angekommen, mich so ein bisschen umarmt und mir so ein bisschen ins Gesicht geguckt. Er hat streichelnd gewesen und mich so ganz verständnisvoll in die Augen guckt und er so zu mir überlegen, so, ey Lukas. Sag mal, weinst du, oder ist es der Regen, der von deiner Oberlippe perlt? Sag mal, holst du es wahr, oder ist es ein Popel, der von deiner Nasenspitze tropft? Komm her, ich küss den Popel, von mir hin, aber salzisch schmeckt. Du bist so, ja, Schweini, hast recht, ne? Es sind Tränen der Freude, weil Helmi, also, Lord Helmchen, Patrick Helm ist da und Jeremy, also, German Jones und Marienchen, also, Marco, Marienchen da, der gepunktete, müssen von ihren Eltern aus dem Trainingslager abgeholt werden, ne? Oh, wie scheiße, peinlich, ey. Das letzte Mal, dass ich von meinen Eltern so abgeholt wurde, war, als ich auf Klassenfahrt in 8. Klasse aus Versehen den Hamster mit einem Baseball verwechselt habe, ne? Ich scheiße, kann ja mal passieren nach 4 Gläsern Spezi, ne? Oh, krass, ey. Spezi, der Trick ist übrigens bei Spezi immer nur die Fanta-Elfe trinken, ne? Und knallt sonst zu sehr, ne? Oh, ich mach den Ernst, ne, 8. Klasse war schon cool, ey. Ich war die ganzen 3 Jahre der Einzige über 18, ne? Ich schwitze ganz genau, die Kleinen. Ansonsten ist Stimmung in DFB-Nationalmannschaft zur Zeit nicht so gut, weil wir haben Läuse, ne? Jogi, also, Jogi Löw sozusagen, so Jux, ne? Was kann passieren und muss nicht bedeuten, dass ihr euch nicht gewaschen habt, ne? Schweini direkt, ich gemeldet würde, wie so. Aber Jogi, ne? Ich hab mich nicht gewaschen, ne? Schweini, da, ne? Die Hygiene-Hygiene, da, ne? Aber ich dann so, ey, Jogi, stimmt, ne? Das bedeutet nur, dass Pfosten, also Pfosten Frink seine Zuttlehaare nicht gewaschen hat, ne? So eine Wuschelmähne ist ja für Läuse genauso ein Paradies wie das Smallland bei Ikea für Divido Doko, ne? Divido Doko, ne? Eine kleine Kugelrunde, ne? Naja, Klösschen, also, Miro-Klösschen, dann aber so, Lukas, ne? Ich hab echt keinen Bock auf Läuse bei Ikea, ne? So, ey, Klösschen, keine Sorge, auf deine peinliche Frisur gehen die nicht drauf, ne? Auch Läuse haben Stolz, ne? Ah, ich muss jetzt los. Schweini, die fühlt sich gleich sechs Beefy komplett in die Narbe stecken. Ich mach Bild-Leser-Reporter-Foto und von dem Geld kaufen wir uns tragbaren Fernseher, damit wir beim Arbeiten bei Europameisterschaft kein Deutschlandspiel verpassen, ne? Also, schauen wir erst mal. Dein Lukas. Und wir kommen direkt zur nächsten Tagebucheintragung, die sich einem ganz anderen Themenbereich widwit, nämlich Barack Obama am FIFA-Fairplay-Tag. Liebes Tagebuch, hier spricht Lukas. Hey, Quatsch. Lieber Tageessenbuch, hier spricht Lukas. Auf Stempelkissen kann man zwar ganz bequem schlafen, aber am nächsten Morgen ist die ganze Backe schwarz, ne? Das ist bei Barack Obama ja auch so, ne? Und der ist sogar Präsident von den USA geworden, ne? Ah, heute ist FIFA-Fairplay-Tag, ne? Fairplay, was ist das denn, ne? Vor und nach der Blutgräsche immer schön Bitte und Danke sagen, oder was, ne? Entschuldigung. Fairplay, nadi. Überhaupt, was heißt FIFA, ne? Voll FIFA. Voll Idiotenverein, oder was, ne? Schweini bei Strategiebesprechung heute für unser Gamelink-Dialogkabel-Tetris-Turnier so zu mir vorwiegen, so. Ey, Lukas, ne? Du kennst dich doch aus mit Finanzen, ne? So, stimmt, ne? Auf mein Konto ist immer mindestens 5000 Euro Soll, ne? Schweini dann so. Oha, nicht schlecht, ne? Soll soll man ja haben, haben, ne? Dann kannst du mir bestimmt auch erklären, was diese Bad Bank ist, von der zur Zeit alle reden, ne? Und dann so. Wahrscheinlich die Sparkasse, bei der Batman sein Girokonto hat, ne? Der maskierte Vollidiot, da, ne? Bad Bank, da. Ah, gut, egal, ne? Kalle, also, Kalle Rubben, Rubben, Digi, ne? Rubben, Rubben. Ne, ne, ne. Lustige Namen, da, ne? Ne, ne. War auf jeden Fall ein bisschen grummelig am Mutern gewesen, da, der Kalle Rubben, ne, er so zu, so, 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 so. Ja, er so, 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 Jungs, ne? Bilanz nach den ersten Bundesliga-Wochen, es geht so, ne? Aber wir haben immerhin drei Punkte in den Sack, ne? Dann so, äh, Rumme, ne? Drei Punkte in den Sack, da würde ich lieber mal nach dem Hautarzt bei gehen, ne? Aber, wenn du meine Meinung hörst, ne? Na, gut, na, so. Ciao dann erst mal. Dein Lukas. Bevor es ins Trainingslager geht für die Europameisterschaft, werden noch ein paar Testspiele absolviert. Das letzte Testspiel für die deutsche Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz ging gegen Serbien. Und davon handelt die nun folgende Tagebuch-Eintrag. Über Tagesbuch, ich sprich Lukas, äh. Wenn man als Mann beim GV, also, also, äh, Geschlechtsverein, die Luft anhält, können Frauen trotzdem schwanger werden, ne? Aber was ist, was ist, wenn sich, was ist, wenn sich der Mann noch zusätzlich ein Kondom über den Kopf zieht? Überhaupt mal, ey, ungerecht, ey. Wieso gibt's für Mädchen eigentlich die Pille danach, aber für Jungs nicht das Kondom danach? Oh, Testspiel gestern gegen Serbien verloren, ne? Scheuer, ey. Jogi hat so Löw hinterher so, ey Jungs, ey, wirklich, ey, die Abwehr hat wirklich nicht gut ausgesehen, ne? So, ey Jogi, ey, das ist auch nix Neues, ne? Die hässlichen Vögel da in der Abwehr, ne? Vielleicht schminken wir Mertesacker und Christoph Professor Dr. Metzeller nächstes Mal ein bisschen vorher, ne? Die Vollidioten, irgendwie mit Schakal-Kajal-Stifter und Gliedschatten oder irgendwie sowas, ne? Ich hinterher in der Kabine sucht zu den Jungs, von wegen so ein bisschen Motivation gemacht, von wegen so... Ey Jungs, ey, ich war auf jeden Fall der Michael Gorbatschow von Nationalmannschaft, ne? Als ich gekommen bin, gab's die Wende, ne? Lauber so, Philipp nahm dann so, ey Lukas, kann sein aber, auf deiner Stirn ist nicht die Landkarte von Phantasialand, wie bei Michael Gorbatschow, sondern ein Postzettel mit deiner Adresse und deiner Telefonnummer von... von deinem Manager drauf, damit du nicht verloren gehst, ne? Dann so zu lau, von wegen so... so ein bisschen so... so provoziert hingestellt, von wegen so... Ey, lau, ganz schön auf, wie ich so zu ihm, von wegen so... Verpiss dich! Ich weiß genau, du vermisst mich! Fähr ab! Nur für den Kick, für den Augenblick, oder? Ja, dann auf jeden Fall erst mal auf 5 Stunden Schlag den Lamm gespielt, ne? Zwar keine 3 Millionen Schleifchen bekommen, aber Applaus von David Norco, ne? Der Klatsch, aber naja... Vor dem Spiel war übrigens noch ein Mädchen in der Kabine, ne? Also, nicht Jürgen Klinsmann, sondern die Kanzlerin, ne? Also, Frau Doktor... Äh... Äh... Angela... Äh... Hier... Schweini wollte dir aus Spaß mit nem nassen Handtuch ein bisschen auf den Po klatschen, ne? Und sie mit ihrem Gesicht in Entmüdungsbecken untergluckern, aber... Leider haben ihn... Leider haben ihn vorher die großen Männer mit den Sonnenbrillen umgeworfen und die Arme auf den Rücken verdreht, ne? BKA, die glauben, die dürfen alles oder was, ne? Na gut, ich muss jetzt bloß erste Hilfe leisten, ne? Luca... Also... Luca Toni hat einen Prittstift mit einem Labello verwechselt... Und... Und sitzt darum jetzt in Diskothek P1 mit zwei Gruppis, an denen sein Mund festgeklebt, ne? Ja, vielleicht etwas für die Zuhörer, die nun kein Bild vom heutigen Abend haben, da sie dieses unfassbare Großereignis nicht live miterleben können. Wir befinden uns in der ausverkauften Köln-Arena. 40.000 Menschen, ausnahmslos Models und Bodybuilder, starren auf zwei unfassbar gut gebaute Humorkünstler. Der eine sieht aus wie Pete Doherty, ist knülle zu wie Pete Doherty. Der andere, also der am Mikrofon, der vorliest, ist zwei Meter groß, hat lange blonde Haare. Ein unfassbar... Also selbst unter diesem maßgeschneidenden Anzug ist zu erahnen, dass der Oberkörper dieses Mannes unfassbar gut gebaut sein muss. Er wirkt auf Männer wie Frauen gleichermaßen anziehen. Das ist ihm egal, denn er mag beide. Das ist kommerziell besser verwertbar. So sieht es also hier aus und in diese siedend heiße Stimmung, in diese tobende Köln-Arena, die zum zweiten Mal ausverkauft ist übrigens. Die Stimmung gestern war aber nicht so gut, weil nicht alle sehr gut aussahen, sondern nur gut. Und deswegen hat sich der Künstler entschieden, heute die Aufzeichnung zu machen. In diesem Melting Pot gut gelaunter Leute liest er nun die nächste Tagebucheintragung von Lukas mit dem Titel Scheffe! Sie beginnt wie folgt. Lieber Tagesbuche spricht Lukas, warum haben die Leute nach dem Krieg früher eigentlich... ... ... ... ...